Hallo Freunde, analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Solo-Rezension hier von mir. Ein paar Leute haben es vielleicht mitbekommen, ich war auf dem Kosmos-Presse-Event dieses Jahr und habe da auch dieses schöne neue Spiel gespielt. Katan, Sternfahrer, natürlich von Klaus Träuber. Die Neuauflage des Klassikers, muss man ja schon fast sagen, war schon länger vergriffen, das alte Sternfahrer. Und jetzt zu Essen 2019 kommt diese große Neuauflage mit tollem, neuem Material. Eine dicke, große Schachtel, wie ihr sehen könnt, auch entsprechend teuer, aber wirklich sehr interessant. Kosmos sagt selber, das ist ein eigenständiges Spiel für Katan-Kenner und Weltraumfans. Ab 12 Jahren, 3-4 Spieler, 120 Minuten, ziemlich lang. Aber ja, Katan, Sternfahrer, ging immer schon länger als das normale Siedler. Das ist das normale Katan, Entschuldigung. Und ja, ich wollte es euch auf jeden Fall noch vorstellen, jetzt kurz vor Essen, damit ihr überlegen könnt, ob das was für euch ist. Ich erkläre euch kurz die Regeln, die mehr oder weniger gleich geblieben sind. Vor allem am Material haben sie einiges gemacht. Es gibt noch ein paar Verbesserungen, wobei ich gleich vorausschicke, ich kenne das alte Katan-Sternfahrer, habe ich persönlich nie besessen. Ich kenne das sozusagen auch nur so vom Hörensagen, was da jetzt anders war. Ich erkläre euch jetzt erstmal, was euch hier erwartet. Wenn man sich das Material von Katan-Sternfahrer anguckt, merkt man ja, ziemlich umfangreich, groß. Ihr seht schon, großer Spielplan. Diese riesengroßen Plastikraketen fallen natürlich sofort ins Auge, mit denen man würfeln kann, die man ausrüsten kann, verbessern kann. Das zeige ich euch nachher noch gleich im Detail. Aber im Kern ist das Ganze einfach ein Katan. Es geht natürlich um Siegpunkte. Jeder startet mit vier und wer 15 erreicht, da ist das Spiel vorbei. Und wer dann am meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Wir starten alle mit vier Siegpunkten, weil wir eben am Anfang schon einen Raumhafen haben, schon ein Kolonieschiff haben. Und ja, das sind einfach schon vier Siegpunkte wert. Also wir haben zwei Kolonien, ein Kolonieschiff und einen Raumhafen. Das sind vier Siegpunkte. Und ja, es ist auch vom Spielablauf erstmal ganz klassisch Katan. Wir fangen immer damit an, dass derjenige dran ist, die Rohstofferträge auswürfelt. Ganz rechts sind die Startplaneten. Die haben wie ganz normale Städte oder Landschaften bei Katan auch diese klassischen Würfelwerte. Und die Farbe der Planeten, die korrespondieren mit den Rohstoffen. Und jeder, der halt eine Kolonie an einem entsprechenden Planeten hat, dessen Zahl gewürfelt wird, der bekommt die entsprechende Rohstoffkarte. Kleine Unterschiede gibt es natürlich dann, aber trotzdem zunächst einmal sehen die Rohstoffe natürlich einfach ein bisschen anders aus. Es gibt halt so einen Rohstoff hier wie Treibstoff, was natürlich im normalen Katan anders aussieht. Und es gibt eine besondere Ressource hier, die Handelswaren. Und der Unterschied ist einfach der, die wird auch hergestellt von bestimmten Planeten, aber hier unten sieht man schon schön auf diesem Schuber draufgedruckt die Tauschraten für die Bank. Und die Handelswaren haben einfach eine feste Tauschrate von 2 zu 1 von Anfang an. Und deshalb sind sie natürlich eine wertvollere Ressource als die vier anderen, die immer 3 zu 1 eingetauscht werden können. Außerdem gibt es hier noch einen Stapel, wo jetzt das Fragezeichen ist. Dieser ist der sogenannte Nachschubstapel. Und der wird immer gebildet aus gleich vielen von jeder normalen Sorte. Auch wenn der aufgebraucht ist, wird einfach neuer gebildet. Und das ist einfach so, dass der Spieler, der dran ist, der bekommt bei Katan Sternfahrer immer ein festes, garantiertes Einkommen. Und zwar abhängig davon, wie viele Siegpunkte er schon hat. Von 4 bis 7 bekommt man, wenn man dran ist, immer zwei dieser verdeckten Nachschubkarten. Bei 8, 9 noch eine. Und erst dann, hier oben, wenn man schon kurz vorm Sieg steht, bekommt man keinen Nachschub mehr. Das heißt also, ja, ist auch ein bisschen kleiner Auffohlmechanismus natürlich da mit drin. Aber es ist schon schön, weil immer wenn ich dran bin und hier unten noch bin, da bekomme ich auf jeden Fall zumindest zwei Rohstoffe, selbst wenn ich sehr viel Pech mit dem Würfeln habe. Und das Ziel von diesem Nachziehstapel ist auch schon die zweite Phase von unserem Spielzug. Hier schöne Übersicht wieder. In der dritten Phase kommt dann Handeln und Bauen. Handeln, wie man es kennt. Man kann natürlich einfach frei handeln mit den Mitspielern. Kann Rohstoffkarten tauschen und so weiter und so fort. Ganz klassisch Katan. Ja, und dann kann man natürlich mit seinen Rohstoffen Sachen bauen. Und dazu gibt es natürlich eine weitere Übersicht. Hier die Baukosten. Hier unten steht auch nochmal, was das eigentlich sonst ist. Hier Erz, Treibstoff, Carbon und Nahrung heißen die neuen Ressourcen. Und was kann ich dafür bauen? Ich kann ein Handelsschiff bauen, ein Kolonieschiff, ein Raumhafen, ein Frachtmodul, eine Bordkanone oder ein Antrieb. Steht immer da neben, was das alles kostet. Ja, und was sind es jetzt für Sachen? Vielleicht gehen wir von unten nach oben. Zunächst mal die unteren drei Sachen. Die sind tatsächlich einfach Upgrades für unsere Rakete. Ja, dazu müssen wir uns jetzt hier einfach nochmal diese Rakete angucken. Weil was halt wirklich cool ist, man kann die eben mit diesen einzelnen Modulen hier so richtig schön erweitern. Hier unten diese Teile, die so ein bisschen aussehen wie Baywatch-Rettungsbojen. Das sind die Antriebe, die ich für zwei Treibstoff kaufen kann. Und wenn ich dann so einen kaufe, dann baue ich den hier so dran. Und ja, ich kann insgesamt eben sechs Antriebe haben. Und was bringen die mir? Ganz einfach, für jeden Antrieb, den ich hier in meiner Rakete habe, erhöht sich die Geschwindigkeit aller meiner Schiffe, aller meiner Raumschiffe um eins. Später, nachher werde ich hier würfeln, wie weit ich mit meinen Raumschiffen rumfliegen kann. Und gleich schon mal vorweg gesagt, die Raumschiffe, die ersetzen bei Katan-Sternfahrer im Prinzip die Straßen. Also ich muss mit den Raumschiffen halt rumfahren, um neue Kolonien gründen zu können, die eben wiederum die Siedlungen ersetzen. Und wenn ich hier halt solche Antriebe habe, dann kriege ich halt garantierte zusätzliche Geschwindigkeitsschritte. In dem Fall hätte ich jetzt drei. Dann gibt es eben noch die Frachtmodule, die ich für zwei Carbon kaufen kann. Die kommen hier oben ran. Da kann ich auch sechs Stück haben. Die Frachtmodule, die brauche ich, um Handelsbeziehungen mit Außerirdischen einzugehen. Was sich erst nach einem völlig verrückten Ding anhört, ist im Prinzip nichts anderes als diese Tauschhefen vom alten Katan. Das heißt, mit diesen Außerirdischen, ja, kann ich dann Handelsbeziehungen eingehen, mit einem Handelsschiff, wo ich da hinfliegen muss. Und dann kriege ich bestimmte Boni, zum Beispiel einen besseren Tauschkurs oder die geben mir. Aber hier, ja, hier gibt es eben noch viel mehr verschiedene Sachen, die ich da bekommen kann. Das zeige ich euch dann nochmal. Und dann die dritte Möglichkeit einer Raketenausbau ist hier diese Bordkanone. Die steckt man hier oben rein. Auch da kann ich sechs Bordkanonen theoretisch ausrüsten. Und die wiederum, die brauche ich, um gegen Piraten zu kämpfen. Weil das kann mir auch passieren hier bei Sternvorragatan, dass ich Raumpiraten begegne. Und da sollte ich dann möglichst hier gut bewaffnet sein. Ansonsten kann ich eben noch Handelsschiffe, Kolonieschiffe und Raumhäfen bauen. Was hat es damit jetzt auf sich? Ja, wir müssen uns erstmal hier ein bisschen orientieren. Man sieht hier zum Beispiel an der Startaufstellung hat man hier vom gelben Spieler, der hat einen Raumhafen. Ein Raumhafen ist immer hier so eine Kolonie mit so einem Raumhafenring. Und ja, das funktioniert im Prinzip wie Siedlungen, Städte. Man hat zuerst so eine Kolonie und wenn man dann einen Raumhafen baut, dann macht man eben hier so diesen Ring hier drauf. Und was der Raumhafen bringt, hat im Prinzip nur eines, nämlich nur an einem Raumhafen kann ich neue Kolonieschiffe oder neue Handelsschiffe bauen. Und hier am Anfang hat man hier schon so eine Art, ja das ist schon ein Kolonieschiff und ein Kolonieschiff besteht immer aus einer Kolonie, die eben hier in so eine Rakete hier so reingesteckt wird. Und das Handelsschiff, das kennt man daran, dass es eben hier diese Basis ist deutlich kleiner, diese Handelskolonie. Und wenn ich jetzt ein Handelsschiff baue, dann bekomme ich halt hier so ein, sieht das so aus, dann kriege ich so eine Rakete mit so einem Handelsschiff so, äh mit so einer Handelskolonie so drangehängt. Und ja, es funktioniert halt so, man baut quasi diese Raumschiffe, mit denen fliegt man zu anderen Planeten hin und da setzt man sozusagen diese Kolonien, entweder eben normale Kolonien oder Handelskolonien, rum. Und dieses Rumfliegen passiert dann im nächsten Schritt, nachdem ich gehandelt und gebaut habe, dann würfel ich hier mit meiner Rakete, ich sage mal der gelbe Spieler ist dran, und jetzt kommen hier unten zwei Kugeln zum Vorschein, die gibt es in unterschiedlichen Farben, es gibt schwarze, blaue, gelbe und rote. Hier hätte ich jetzt eine schwarze und eine blaue gewürfelt. Dann würfeln wir mal noch was anderes, oder wieder schwarz-gelb, schwarz ist so ein bisschen was Besonderes. Ja, was heißt das alles? Im Prinzip muss man einfach gucken, habe ich eine schwarze gewürfelt oder nicht, habe ich nämlich keine schwarze gewürfelt, dann zähle ich einfach die Punkte zusammen, blau zählt einen Punkt, gelb zwei und rot drei. Also hier zum Beispiel wären das vier Bewegungspunkte, da zähle ich noch meine Antriebe hinzu, hier hätte ich jetzt drei, wären sieben. Das bedeutet, ich darf mit allen Schiffen, die ich habe, jetzt sieben Felder weit laufen und Felder sind einfach hier diese Ecken, das heißt eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt bin ich hier an einem unentdeckten System gelandet, dann wird das hier einfach umgedreht. Man kann natürlich auch spielen, dass alles schon aufgedeckt ist, da gibt es eine Startaufstellung für Einsteiger, aber natürlich ist es mit Entdecken deutlich spannender. Hier habe ich jetzt tatsächlich so einen außerirdischen Handelsposten entdeckt, das ist schon fast so ein bisschen speziell. Angenommen, ich wäre hierhin geflogen, ja, hier habe ich jetzt tatsächlich Planeten entdeckt und hier gibt es so Symbole drauf, da gibt es dann Plättchen, die hat man vorbereitet. Die werden dann hier drauf verteilt, also die haben sozusagen dieses gleiche Symbol hier und so werden hier sozusagen Würfelwerte erzeugt. Und wenn ich jetzt eben genug Bewegungspunkte habe, dass ich hier in so zwischen zwei Planeten hinkomme, dann kann ich tatsächlich hier diese Kolonie absetzen und hier habe ich dann einfach eine neue Kolonie gegründet, die dann eben dann entsprechend bei den richtigen Zahlen die Ressourcen auch generieren würde. Und dadurch, dass wir jetzt hier so eine Alienwelt aufgedeckt haben, können wir auch schön erklären, was uns jetzt die Handelsschiffe bringen, weil um jetzt eben hier davon zu profitieren, müsste ich jetzt hier ein Handelsschiff gebaut haben, mit dem Handelsschiff hier so, beziehungsweise hier so reinfliegen mit Bewegungspunkten und dann kann ich eben hier einen Handelsposten errichten, muss ich hier auf einen von diesen freien Slots und das ist tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ein Mehrheiten-Ding, weil der, der sozusagen bei einem Volk die Mehrheit hat, der bekommt auch noch die entsprechende Figur und die ist auch nochmal zwei Siegpunkte wert, aber eben ähnlich wie bei den größten Rittermacht oder links der Handelsstraße im normalen Katan, kann man die eben auch wieder abluxen, wenn jemand anders jetzt hier zum Beispiel zwei errichtet und die gibt es auch mehrmals, also da kann man dann auch noch so ein bisschen auf Mehrheiten spielen und diese zwei Siegpunkte dann einem auch wieder abluxen. Das Wichtigste an dem Handelsposten ist aber, dass ich mir eine von diesen Handelskarten hier aussuchen darf, von diesem Volk, da kann ich mir ein beliebiges aussuchen und jedes Verfolger hat eben eine andere Spezialität hier, diese grünen, die erhöhen tatsächlich einfach die Rohstoffproduktion, zum Beispiel wenn ich jetzt das nehme, dann kriege ich immer plus eins Nahrungsmittel, wenn in meinen Kolonien oder Raumhefen Nahrung produziert werden. Und so hat jedes Volk eben eine andere Spezialisierung hier, diese braunen, die sind so die Händler, die geben dann immer diese 2 zu 1 Tauschkurse auf bestimmte Waren, diese hier, die roten, die erhöhen tatsächlich die Effektivität der Raumschiffe, da kriege ich dann sozusagen immer zum Beispiel plus 2 einfach auf meinen Raumkanonenwert oder zusätzliche Antriebe automatisch, kann ich mir auch was aussuchen. Und die blauen sind so ein bisschen verrückt, da ist es zum Beispiel so, wenn du eben hier Reichhilfarm, zum Beispiel wenn mindestens zwei Spieler mehr Siegpunkte haben als du, dann kann ich immer Rohstoffe von denen ziehen oder eben sind noch so andere Effekte, man kann sich zum Beispiel Siegpunkte kaufen mit Handelswaren und sowas, das muss man sich einfach durchlesen und kann sich dann, je nachdem wo man den Handelsposten errichtet, hier eben eine Karte aussuchen. Was ich jetzt aber noch nicht erklärt habe, ist, was ist, wenn man eine schwarze Kugel würfelt bei diesem Raumfahrtschritt, dann ist es so, dass ich eine Begegnung habe. Zunächst einmal ist meine Raumschiffgeschwindigkeit immer 3, egal wie, also was die andere Kugel für eine Farbe hat, plus natürlich meine Antriebe, also in dem Fall hätte ich hier Geschwindigkeit 6, die ich natürlich trotzdem laufen darf, aber durch diese schwarze Raumkugel muss ich jetzt hier eine Begegnungskarte ziehen und zwar nicht ich selber ziehe die Karte, sondern mein Mitspieler, ein Mitspieler von mir und der liest mir dann das vor und das ist halt immer so eine Multiple-Choice-Geschichte. Hier zum Beispiel habe ich einen Raumpirat, ein Raumpirat fordert zwei deiner Rohstoffe, gibst du ihm die Rohstoffe. Ja, und dann muss der Spieler sich entscheiden, ja oder nein und je nachdem wie er sich entscheidet, wird dann weitergelesen und hier zum Beispiel sagen wir mal nein, da geht es auch nochmal weiter, du musst kämpfen, du und dein rechter Nachbar als Pirat ermittelt eure Kampfkraft mit den Mutterschiffen, damit sind diese Raketen hier gemeint und ja, das würfelt man plus Bordkanonen, bist du gleich stark oder stärker als dein Nachbar. Ja, und daran sieht man schon eben, was die Bordkanonen bringen. Man würfelt dann, zählt wieder die farbigen Kugeln da zusammen plus die Bordkanonen und der rechte Nachbar macht das auch. Das heißt, wenn man sich selber Bordkanonen ausrüstet, dann wird man natürlich auch stärker als Pirat. Also wenn sozusagen, damit kann man halt auch seine Mitspieler ein bisschen ärgern, wenn man sehr viele Raumkanonen hat. Und ja, je nachdem, gut, Gleichstand ist immer dann für den aktiven Spieler noch ein Erfolg. Und hier zum Beispiel Sieg, die Ladung des Piratenschiffs gehört dir, du erhältst zwei Karbon und dazu eine halbe Medaille. Die Medaillen sind diese hier, die werden oft halbiert nur verteilt, hat man zwei halbierte, ergeben die einen Siegpunkt. Und hier Niederlage, wähle eines deiner Schiffe, es darf in dieser Runde nicht fliegen, für deinen Mut erhältst du dafür aber eine halbe Medaille. Okay, also ja, solche Sachen passieren da und da gibt es halt noch die unterschiedlichsten Sachen. Man kann Händlern begegnen, hier oder zum Beispiel hier ein, du siehst ein Raumschiff, das wird angegriffen von Piraten, hilfst du denen. Und gucken wir mal, was sie noch haben. Hier, du gerätst in der Nähe eine Raumzerrung, da kann man dann plötzlich einen verrückten Raumsprung vielleicht bekommen. Oder hier, du begegnest einem Händler, da musst du dann überlegen, wie viele Rohstoffe schenkst du ihm und je nachdem, was dann passiert. Gut, der entpuppt sich jetzt hier als Pirat, aber hier zum Beispiel ist dann so ein Händler und dann musst du entscheiden, gibst du ihm zwischen 0 und 3 Rohstoffe und je nachdem, was du da machst, passiert dann eben ein bisschen was anderes. Und das sind wirklich viele Karten, auch wenn die Effekte natürlich alle, ja, sich immer wieder natürlich wiederholen, ein bisschen anders. Es gibt halt geizige Händler, freundliche Händler, da passiert dann immer ein bisschen was anderes, je nachdem, wie viele Rohstoffe man dann hergibt. Und dann gibt es noch einen Spezialfall hier bei den Planeten, denn wenn man hier diese Plättchen verteilt, kann es passieren, dass sowas hier erscheint, also keine Zahl, sondern hier so eine Bordkanonne mit so einer 5. Wenn das passiert, dann wird es hier gleich ersetzt, hier mit so einem größeren Plättchen, das kommt weg. Und das ist jetzt hier in dem Fall ein Piratenplanet, der nicht einfach besiedelt werden kann. Das heißt, hier und hier können jetzt erstmal noch keine Kolonien hingesetzt werden. Da müsste jetzt erst ein Spieler hinfliegen, der mindestens einen Wert 5 mit seinen Raumkanonen erreicht hat. Dann ist dieser Piratenschutzpunkt sofort besiegt. Er kriegt auch hier einen Siegpunkt dafür, das kommt weg und es wird einfach ein neuer Zartenschipp hingelegt. Und dann kann das auch normal besiedelt werden. Das gleiche gibt es noch in einer anderen Ausführung, nämlich das hier. Das ist ein Eisplanet der Stärke 3. Da kommt dann auch das entsprechende Plättchen hin. Und hier muss man dann hinfliegen und muss mindestens drei Frachtmodule besitzen. Hat man das, kriegt man das, ist auch ein Siegpunktwert und dann wird auch das ersetzt hier wieder durch einen normalen Wert. Und man kann diesen Planeten dann wieder normal besiedeln. Und das war es fast schon mit den Regeln. Wichtig ist noch, bei einer 7 ist die Regel ganz ein bisschen anders. Es gibt auch keinen Ertrag von Planeten. Der aktive Spieler ist der Pirat, kann bei einem was ziehen. Aber alle anderen Mitspieler bekommen auch eine Karte vom Nachschubstapel. Also einen beliebigen Rohstoff, das ist auch ein bisschen anders wie beim normalen Katan. Ja und zuletzt nochmal kurz die Siegpunktübersicht. Wie gesagt, diese Freundschaft, also wenn man die Mehrheit in so einem Handelsposten hat, gibt eben zwei Siegpunkte für jede Kolonie einen Siegpunkt, für den Raumhafen zwei Siegpunkte. Dann eben Eisplanet und Piratstützpunkt, wenn man das gemacht hat, gibt es auch jeweils einen Siegpunkt. Und zwei halbe Medaillen geben einen Siegpunkt. Und ja, und dann gibt es eben diese Grenze von 15 Siegpunkten. Und dann ist Spiel vorbei und der, der die meisten Siegpunkte hat. Der hat natürlich gewonnen. Wichtig ist halt noch, es gibt noch so ein paar Spezialregeln. Man darf sich hier natürlich beim Spiel nicht gegenseitig blockieren und so. Man muss es schon ein bisschen genauer lesen, gibt aber auch einen guten Almanach. Also gut erklärt. Von daher für alle, die schon Katan-Erfahrung haben, die kommen damit auf jeden Fall zurecht. Katan ist natürlich so eine Sache. Viele Leute lieben es und spielen es auch immer noch ganz viele. Viele Leute spielen es nicht mehr. Ja, persönlich sind wir natürlich, gehören wir eher zur letzteren Kategorie. Wir spielen nicht mehr so viel Katan, auch wenn ich es früher wirklich sehr, sehr viel und auch sehr gerne gespielt habe. Und da muss ich wirklich sagen, Katan-Sternfahrer hat mich da wirklich positiv überrascht wieder. Ich muss ja sagen, ich kannte das alte Sternfahrer, wurde mir immer so erzählt. Ja, das ist ein ganz anderes, da ist ein spannender und da gibt es ein paar andere Sachen und so. Und ja, interessant. Und hier, ja, habe ich dann zum ersten Mal wirklich kennengelernt mit dieser Neuauflage. Und muss wirklich sagen, das stimmt, das ist ein Katan-Plus, würde ich mal so sagen. Es ist nicht nur die längere Spielzeit, da sind natürlich viele Dinge drin, die das für mich jetzt interessanter machen als das normale Katan. Dass man eben diesen Explorer-Aspekt hat, also dieses Erkunden, wo man nicht weiß, was verbirgt sich hinter diesen Weltraumplättchen. Das ist schon ein ziemlich cooler Spannungsfaktor, muss ich sagen. Und besonders cool natürlich, dass man sich hier eben, ja, dass man eine verschiedene artige Strategie fahren kann. Okay, das kann man beim normalen Katan auch, aber hier ist es halt noch ein bisschen weiter gesponnen, dass ich eben auf die Kanonen gehen kann, auf die Reichweite gehen kann der Rakete oder eben auf die Ladekapazität, auf diese Handelsposten. Das ist wirklich schon was anderes. Und natürlich, was ganz oben steht, das Material, hier macht es wirklich Spaß, diese große Rakete auszubauen, damit rumzuwürfeln. Das ist schon echt cool. Und dann kommt eben auch noch dieser Kartenmechanismus hinzu. Und ich meine, heutzutage denkt man, naja, ich meine, Karten mit Multiple Choice und dann passiert da irgendwas, ist ja ein alter Hut. Ja, aber hier war es, als es damals hier Klaus Teuber gemacht hat, war es überhaupt kein alter Hut. Da war der Mann damals einfach wirklich schon gut dabei und es hat nichts verloren. Okay, es wirkt natürlich jetzt schon etwas einfach, was da passiert. Und wenn man dann diese Karten auch kennt, dann ist es auch nicht mehr so eine riesen Überraschung. Dann weiß man halt, es gibt halt die freundlichen Händler und die geizigen Händler. Und das kann halt mal so ausgehen oder mal so ausgehen, je nachdem wie viel Waren ich da zum Beispiel spende oder wie ich mit den Piraten umgehe. Aber trotzdem, es ist schön thematisch, es macht Spaß, es bringt so ein bisschen Überraschungen mit rein, ein bisschen, auch ein bisschen Geschichte, ja, das ist wirklich toll. Und deswegen muss ich sagen, macht mir Katan Sternfahrer auf jeden Fall Spaß und ich ziehe es auf jeden Fall dem normalen Katan vor. Natürlich hat auch Katan Sternfahrer die üblichen Katan, ja, Dinge, die Katan-Fans werden es lieben, die anderen vielleicht weniger. Also, dass eben, ja, dass es glückslastig ist, dass wir natürlich da dieser elende Ressourcenwurf, dass wir hier eben wirklich oft in die Röhre gucken müssen. Wobei man hier sagen muss, es ist ein schöner Mechanismus mit diesem Nachschub, der gleicht es tatsächlich ja so ein bisschen aus, dass wir einfach, wenn wir eben noch nicht so viele Siegpunkte haben, dann auch automatisch Nachschub bekommen, auch wenn wir nicht unsere Zahlen treffen, wenn wir dran sind. Das ist schon echt schön, aber es kann trotzdem natürlich das nicht nivellieren, dass dann nie die sechs gewürfelt wird in einem ganzen Spiel. Ja, ihr kennt diese Geschichten vom alten Katan. Aber es gehört halt irgendwie auch zum Katan-Feeling dazu. Ja, es wäre jetzt auch blöd, wenn sich Katan Sternfahrer nicht wie Katan anfühlen würde. Und es tut es, es ist wirklich Katan, nur eben ein bisschen länger, ein bisschen anders, ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Zeug, viel cooleres Material, ein bisschen mehr Thema. Und deswegen würde ich halt sagen, für wen ist das Spiel was? Ganz klar natürlich für Katan-Fans, die mehr wollen, die ein komplexeres Spiel wollen, ein längeres Spiel wollen. Die können da wirklich bedenkenlos zugreifen. Und, aber auch für Leute wie mich, die ich sage, ich spiele eigentlich gar kein Katan mehr. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt Katan-Sternfahrer unbedingt sagen, das muss ich jetzt unbedingt haben. Aber, es gibt ja immer wieder diese Momente, wo du dann mit Leuten zusammenspielst oder Leute zu Besuch hast, die sagen dann, ja, Brettspiel, ja, okay, ja. Ja, aber wenn, dann Siedler, ja. Ja, und dann holst du das raus und sagst, okay, aber dann spielen wir wenigstens Katan-Sternfahrer, da habe ich wenigstens auch Spaß damit. Oder da muss es nicht das klassische Siedler sein. Und die sagen, oh, Katan-Sternfahrer, nicht schlecht, oh, interessant, ja, das gucke ich mir auch an. Wenn das auch wie Katan ist, ja, ist wie Katan, okay. Ne, da können wir uns hinsetzen und gemeinsam spielen. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist es im Prinzip. Natürlich, man muss das Geld dafür rauspacken. Ich glaube, es sind dann so fast 80 Euro, aber man muss halt auch sagen, diese Raketen, die da drin sind und so, das kann man schon darstellen. Das ist schon in Ordnung und das macht auch Spaß. Und sie sollen halt wirklich im Gegensatz zum alten Katan-Sternfahrer verbessert worden sein vom Material her. Weil die alten Raketen, die hatten wohl das Problem beim alten Katan-Sternfahrer, dass die mit der Zeit porös geworden sind, dann abgebrochen sind und einfach nicht haltbar waren. Und das soll jetzt hier nicht so, das heißt, die Raketen, die sollen wirklich lange Zeit halten, sodass sich die Investition auch lohnt. Und natürlich war es genauso teuer, sich das alte Katan-Sternfahrer-Würfen gebrocht war, den Markt zu holen. Das war auch nicht billig, weil es schon so lange vergriffen war. Von daher, ja, wer Katan-Sternfahrer haben will, muss halt das Geld investieren. Aber ich bin der Meinung, es ist schon ganz in Ordnung dafür, was es bietet. Und ja, natürlich, wer überhaupt nichts mit Katan im Hut haben will, der sollte sich da auch von fern halten, weil es ist und bleibt natürlich Katan. Ressourcenwürfel, Handel und so weiter. Bis dahin, wir sehen uns in Essen, Stand M1010 bei Pegasus Halle 3 und ich freue mich, wenn ihr da vorbeikommt. Bis dahin, ciao.